So, und da sind wir bei The Walking Dead und hier hat das gerade ein bisschen rumgeruchert, aber wir gehen mal zurück. Hier haben wir nämlich alles Auskundschaften soweit. Wir wollten jetzt, was ist denn jetzt unsere konkrete Aufgabe eigentlich? Wir können dann auch noch ins Haus gehen. Okay. Da hat er recht, Ali. Anschauen. Exit. Du kannst definitiv sagen, dass sie das Ding selbst gebaut haben. Hm. Okay. Es scheint eine Steckdose zu sein oder sowas. Naja. Jetzt können wir nochmal hier hintergehen. Und hier mal gucken. Hey, Clem, magst du den Schwingen? Ja, es ist Spaß. Be sure to tell Andy thank you, okay? I will. Will you push me on it? Sure. Happy to push you on this way. Mind if Clementine takes a turn? Alright, Duck. Let Clementine have a try for a bit. Okay. Und da ist wieder diese tolle Musik. Ich mag die. Ah, ich mag diese Musik. Äh, wie geht's dir so? How are you holding up, Clementine? I'm okay, I guess. Are you okay? Yeah. I'm just a little worried about Mark. Is Mark going to be okay? You got lucky out there. It'll be a lot worse. Are you going to find the people who hurt Mark? We have to make sure they don't hurt anyone else. Be careful. I want you to stay lucky, too. Ever since I met you, I've had good luck, so don't worry. Okay. What do you think of the dairy? It's pretty. It reminds me of how things used to look before. Yeah, it does. Do you think things will ever get back to how they were? I'm not sure, Clem. I hope so. I hope so, too. Don't worry. We're safe here now. As long as the bad people don't get me, too, right? I won't let what happened to Mark happen to you. Promise? I promise. All right, Clem. That's enough for now. Okay. Thanks for pushing me. Of course. It's all yours. Yeah! Okay, Duck. Don't pop a gasket. Okay. Können wir denn auch mit Kenny reden? Können wir... Nee? Doch. Hey. Hey, Lee. Found anything interesting? I'm just trying to make sure this place is secure. Case we decide to make this a more long-term solution. Except for those people in the woods. Seems pretty safe. Good to know. Keep your ears open for anything else that might help us. How you holding up? I hope they feed us, Lee. Soon. On the way over here, I was getting dizzy. Hands shaking. Cold sweats. I thought I was gonna pass out. They've got food here. They've got food here. Yeah. But I'm not just talking about one meal, you know? I guess, uh, Lily isn't too thrilled about being here? I could give two shits about what Lily wants. Duck and Katja need food. And I'm not about to sit around that motor in and watch him go hungry. You're with me on this, right? Yeah, of course. Lily's judgment is clouded. But you got a pretty clear head about these things. I think I was with episode 3, I think I was good. Did Duck and Katja get here okay? No, it wasn't easy. Duck didn't look so good on the walk over to this place. Well, if everything works out, maybe he and Katja can have an easier life here. That's funny. He didn't seem too worried about Duck when Larry wanted to throw him out into the street back in Macon. That's in the past, Kenny. A lot's happened since then. Yeah, right. I'm gonna go have a look around. Don't wait too long to help scope out that bandit camp. It would be a good opportunity to find out a bit more about the St. Johns and their relationship with those Bandits or whatever. Right. I'll see what I can find out. Fellas? How you feeling, Lee? Look, I'm really sorry you almost got killed out there. We should have told you how dangerous it was. No shit. You saw what they did to your buddy. Nobody's safe here until we start to fight back. But how? The two of us should go out and do some recon. Then we'll all mount up for some revenge. Hell yeah. Who the fuck are these people in the woods? We don't know. I think some of them used to work at the big box up the way. Save lots. Yeah, anyway, they're nutty as all hell and get mad when they're hungry. So are you ready to head out there and find their camp? Yeah. The type is me a bit unheimlich there in the blauen Hemd, ne? I'm good. Yeah, it'll be a good opportunity to find out a bit more about what we're up against. Let's do it. I'll stay here and hold down the fort. Remember, we're just doing reconnaissance for now. No use getting ourselves killed. Are you going now? Yeah. I'll be back soon, Clementine. Please be lucky. I will. See anything? Not yet. I know it's around here. It's gotta be close. Here. Oh shit, you found it? Schleich dich an das Camp. Na, wir wollen doch mal schauen, wer da noch wohnt oder ob da niemand mehr wohnt. Stay on your guard. Watch my back, Lee. I'm gonna check out the tent. I'm gonna check out the tent. Take a look around anyway. There's probably some shit around here they stole from us. Empty. But it looks like someone's been eating out of these. Recently. Hmm. Jetzt können wir uns hier ein bisschen umschauen. Nothing but fuels. Shit. What's in the boxes? They're all from Save Lots. The first few days they told folks to gather to the Save Lots by the interstate. Scheint nicht so. Boxes from the Dairy here. Probably a food we've been giving them. Fuckers cross the line. Hmm. Tja, können wir das denn mitnehmen? Anscheinend nicht. Hmm. Looks like they were moving a lot of stuff. Tent looks pretty new. Anybody inside? Two sleeping bags. One of them's kids sized. Tent looks pretty new. Anybody inside? Two sleeping bags. One of them's kids sized. Ich hätte da gerne mal reingeschaut noch, aber scheint nicht zu gehen. Looks like they expected to be here a while. Empty. What did you find? A video camera. Let me see that. Batteries dead though. Oh, good. What else they got over here? Let's see if we can find anything useful and then get a move on. I see you handled that gun. I lent you pretty well. You a hunter? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Lily, huh? Sounds like she's running this democracy of yours. Hmm. Das ist nicht schön. Was ist das denn? Das ist okay. Oh. Ich bin ein viel saferer hier, dann da unten, du glaubst. Vielleicht hast du mich nicht gehört, letzte Mal. Als ich dich gefragt habe, sweet, put deine damn guns down! Du denkst, ich werde dich nicht töten? Ich werde das hier Crossbow nehmen, und ein schönes Schropp-Arrow durch deine Ecke. Und in deinem Kopf. Du bist nicht Menschen. Du bist Monster. Alle Menschen sind Monster. Geben was sie, und dann zerstören sie alles. Geben was sie. Geben eine kleine Mädchen. Es ist alles gleiche für dich. Du hast Mark, du psychisch. Wer ist Mark? Ich weiß nicht, Mark. Du hast ihn in der Derry. Die fuck ich? Das sind andere Leute. Die gute Freunde mit deinem Freund hier. Ich glaube, du kennst sie. Nichts? Ich verzei, ich verzei meine Meinung. Ich werde diesen Arrows durch deine Barsche. Ja, durch. String ihn auf die Barsche. Dann gehst du auf die Barsche. Und schieb alle jetzige Person, die ich sehe. Ich verzei die Crossbow. Nein, Herr, ich brauche es. Ich brauche es, um dich zu töten zu töten. Hahaha. Hahaha. Die ist ja crazy hier, Alter. Geh auf. Sag ihm, Junge. Sag ihm, was du in mir hast. Oh Gott. Oh Gott. Goddammit. Well, thanks, I guess. Well, you're welcome, I guess. Es ist ein guter Schuss, genau durch die Vorher. Das ist ein guter Schuss, genau da. Aber trotzdem, was für ein Verständnis. Also, das ist es? Wir gehen zurück? Wenn sie nicht hier sind, ich weiß nicht, wo sie sind. Und es ist nicht eine gute Idee, zu gehen durch die Wurzeln, um sie zu suchen. Also ja, wir gehen zurück. Once they see this, they'll get the message. Come on. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, ihm zu trauen. Vielleicht wollte sie uns auch irgendwas sagen. Ich weiß es nicht. Man muss aber bei diesem Spiel so aufpassen. Das ist schon krass. Ich weiß es nicht. Es ist nicht so schwer, Marja. Nicht nach dem, was sie mit deinem Freund gemacht haben. Du bist zurück. Was ist passiert? Ich habe es gemacht, Mama. Das ist nicht was Terry würde. Terry? Mein Mann. Ich vermisse ihn jeden Tag. Dann schreit es für alle, dann. Warum nicht du? Oh, calm down, Prinzessin. Ich mache es mir selbst. Ich weiß es nicht. 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 Es ist ein bisschen, was wir tun. Ich weiß es nicht. Und, Lee? Es ist nicht das, was die Bandit. Ich bin Sorry, dass du mehr violence gesehen hast, als ich in deinem Geburtstag gesehen hast, aber alle sind hier sicher. Das war es vielleicht nicht. Ich denke, ich will noch mal gucken. Ich denke, ich gehe nach Hause. Unser will noch der Essen fertig, bevor du es wissen willst. Und danke für deine Freundin, Koch, für mich. Sie und die Kinder sind in der Barne mit der Kau. Diese Frau ist ein Lebenssicherer. Vielen Dank.